Ihre Eltern sind aufs Kreuz gelegt worden, auf die harte Tour. Das heißt für mich, dass sie Unschuldsengel waren. Tempo. 1951. Daniel war zwölf Jahre alt, als seine Eltern inhaftiert und wegen einer Verschwörung zum Landesverrat angeklagt wurden. Sie hat aufgetrumpft. Dieses Weib ist der Ruin für ihn gewesen. Der Prozess entfachte einen amerikanischen Meinungsstreit. Und bald, da wird die Welt hinter uns stehen in unserem Kampf um die Freiheit. Und er führt den Kampf, denn er will kämpfen, oder? Die Aktivitäten dieser Kämpfer wurden zum Skandal. Haben Sie kein Mitleid? Wissen Sie wirklich nicht, was Verzweiflung ist? Für den Richter, für die Geschworenen, für die Bürger der Vereinigten Staaten waren sie schuldig. Für Daniel waren sie sein Vater und seine Mutter. Free him! Free him! Free him! Befreit sie! Befreit sie! Bleibt meine wunderschönen Kinder! Und wenn sie euch dann doch tot machen, wie geht denn das vor sich? Befreit sie! Befreit sie! Niemand weiß, was damals war. Niemand weiß, wie es wirklich war. Befreit sie! Befreit sie! In diesem freien Land bringt man Unschuldige nicht um. Das kann man nicht, Daniel. Befreit sie! Befreit sie! Was sie wollen, ist völlig unmöglich. Was? Ihren Namen reinwaschen. Ich erinnere mich genau, wie fanatisch sie waren. Sie waren unbeirrt. Sie vertrauten dem Herrn. Ganalien! Halt auf! Irgendwas haben ihre Eltern im Schild geführt, ohne Zweifel. Sie haben meine Mutter inhaftiert, damit mein Vater auspackt. Deine Eltern haben eine Show abgezogen. Es ist niemals bewiesen worden, dass sie Spione waren. Stimmt, ja. Aber die Jungs mussten eine Verurteilung erreichen. Das war ihr Job. Ich kann nicht leben, ohne die Hoffnung, dass sie unschuldig waren. Seht ihr nicht, dass er glaubt, sie waren schuldig und deshalb führt er sich so auf? Es waren unsere Väter. Du schleppst es genauso mit ihr rum wie ich. Sie haben mit ihren Scheißidealen meinen armen Vater zum Wahnsinn getrieben. Sie waren immer bereit, für ihren Glauben zu leiden und zu sterben. Wie sie auch aussieht, ich muss die Wahrheit finden. Befreit sie! Befreit sie! Befreit sie! Vielen Dank.